Hi, Hans, Peters Landwirtschaft. Hier bin ich mal wieder auf der Schweineweide. Jetzt war ich eine Woche im Urlaub, es hat viel geregnet und das bedeutet wächst sehr gut und jetzt musste ich die Hühnerzäune frei mähen und auch die neue Weide für die Schweine. Ich habe dieses Jahr mal probiert Wicke und Roggen. Aber leider hat es nicht so funktioniert. Ehrlich gesagt habe ich mir noch nicht ganz so viel Mühe gegeben. Ich war schon ein bisschen älter und jetzt ist vor allen Dingen Melde gekommen. Allerdings Wicke ist auch ein bisschen dabei. Und jetzt schnabulieren sie hier, haben eine Weile gebraucht. Ja genau, also liebe Grüße von der Schweineweide. Vielen Dank.